...angenehmerweise zwischen Aulendorf und Ravensburg steht dann Schienenersatzverkehr mit dem Bus und von Ravensburg aus fahren Sie damit mit einem anderen Zug weiter in Richtung Friedrichshafen. Und noch eine kleine Bitte, bitte seien Sie so nett und vergreifen Sie sich nicht an unseren Toilettenpapiervorräten. Das Papier ist für alle da und sollte ich jemanden erwischen, der sich hier einfach eine Rolle mit nach Hause nehmen will, dem ziehe ich die Ohren lang. Das ist mal ernst. Angenehme Reise.